Man hat sich in vorauseilendem Gehorsam der KEF unterworfen, die KEF auch Tarifpolitik machen lassen. Und heute hat man ein Problem, Kostensteigerungen abzubilden. Und die Kostensteigerungen sind welche, die die Kolleginnen und Kollegen sich verdient haben, weil sie viel intensiver arbeiten müssen, weil sie eine Arbeitsverdichtung kompensieren und ausbaden müssen im Wortsinne das, was an Fehlern in der Vergangenheit schon gemacht worden ist. Das heißt also, dass man im System versucht, die Falschen zu treffen.